Einige Menschen vergleichen ihr Gedächtnis enttäuscht mit einem Sieb. Das mag für manche Inhalte stimmen, doch Gedächtnis ist eher ein Oberbegriff. Es gibt mehrere Arten für unterschiedliche Inhalte. Viele Informationen merken wir uns nur für kurze Zeit. Das klassische Beispiel ist die Telefonnummer. Erweist sich eine Nummer jedoch als unglaublich wichtig, brauchen wir sie in Zukunft häufiger, dann wandert sie vom Kurzzeit ins Langzeitgedächtnis. Für manche Inhalte liegt der Unterschied zwischen beiden weniger in den zuständigen Nervenzellen als mehr in der Art ihrer Reaktion. Im einen Fall handelt es sich um eine Änderung der Aktivität, im anderen um eine Veränderung der Struktur. Doch Kurz- und Langzeitgedächtnis sind nur zwei mögliche Unterteilungen. Die Fertigkeit des Fahrradfahrens wird zum Beispiel im prozeduralen Gedächtnis gespeichert. Dessen Inhalte können wir nur schwer beschreiben, wir machen es einfach. Faktenwissen, wie Hauptstädte oder Schreibweisen, wird in anderen Hirnbereichen gespeichert. Was dort liegt, können wir beschreiben. Genauso wie unser episodisches Wissen, unsere Biografie. Doch hier liegen nicht nur die ganz besonderen Momente unseres Lebens. Hier liegt das gesamte Fundament unseres Ich. Manche Forscher sagen, wir seien eine Geschichte, die wir uns selbst erzählen. Aus dem Gedächtnis sozusagen. Allerdings können sich diese Erinnerungen mit jeder neuen Erzählung verändern. Im Gehirn sind viele Bereiche an den unterschiedlichen Gedächtnissen beteiligt. Der Frontallappen zum Beispiel ist Sitz unseres Kurzzeitgedächtnisses. Sollen faktische oder episodische Inhalte länger behalten werden, wird der Hippocampus aktiv, und das vor allem während wir schlafen. Die Amygdala wird aktiviert, wenn emotionale Inhalte gespeichert werden sollen. Das Kleinhirn ist unter anderem für das Erlernen bestimmter Bewegungsabläufe zuständig. Doch ganz grundsätzlich scheinen Erinnerungen modular zu sein. Visuelle Inhalte liegen im visuellen Kortex, während die gehörten Inhalte derselben Erinnerung in auditiven Neuronengruppen gespeichert werden. Eben denen, die in der tatsächlichen Situation aktiv waren. Es ist die Aufgabe des Hippocampus, hier den Überblick zu bewahren. Beideein, die in der tatsächlichen Zeitung,